Der iPad ist ohne Zweifel ein tolles Gerät. Aber wer kann es schon längere Zeit mit den Händen halten? Da werden selbst die 600 Gramm, die er wiegt, zur Last. Zum revolutionären PC produzieren wir den revolutionären Ständer. Einige Anregungen zur Verwendung dieser patentierten Innovation möchte Ihnen dieser Film geben. Wir stecken das Gerät in die Tasche oder auch auf das maßgenaue Klemmbrett. Kippsicher in allen Positionen. Rutschsicher und stabil gehalten. Die Besonderheit bei unserem innovativen Ständer ist nicht nur die Variabilität im Neigungswinkel, sondern auch in der Möglichkeit, das Format mit einem einzigen schnellen Handgriff zu wechseln. Querformat oder Hochformat wird gleichermaßen fest und stabil gehalten. Als Ergänzung bieten wir die Homestation mit gepolsterter Handablage, ebenfalls in hochwertigem Leder, angenehm zu berühren, elegant in der Optik. Unkompliziert haftet der iPad mitsamt dem Ständer dank verborgener Magnetpunkte exakt auf der edlen Unterlage. Die Erleichterung für Ihren Alltag im Umgang mit dem neuartigen, mobilen Computer. Schreiben Sie Ihre E-Mails oder lesen Sie Ihre Zeitungen in allen erdenklichen Situationen und Positionen. Mit diesem einzigartigen Ständer sind Sie in allen Lebenslagen flexibel mit Ihrem iPad. Ein Leichtgewicht aus hochwertigen Materialien in einer deutschen Manufaktur mit Sorgfalt gefertigt. Machen Sie sich's bequem mit der patentierten Innovation. Sei es im Flugzeug, zu Hause auf dem Sofa sitzend oder liegend auf dem Bett. Genießen Sie Ihren Film, Ihr Buch oder nebenbei Ihren duftenden Kaffee. Und dabei haben Ihre Hände frei. Wir haben an alles gedacht. Für unterwegs schlagen Sie Ihren iPad in der Tasche in die passende Schutzhülle ein. Auch hierbei helfen die unsichtbaren Magnetpunkte. Oder packen Sie iPad und Ständer komplett in den passgenauen Schutzumschlag. So verwahren Sie Ihr Gerät überall sicher und elegant. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.